So, ich habe noch meine Aufnahme überprüft, weil ich hasse es, wenn da irgendwas jetzt noch kaputt gehen würde. Eieieiei. Ähm, was? Wir haben hier noch Fragezeichen? Gut. Ähm, ja, na dann. Auf geht's. Bin aber gespannt, wie groß die Armeen sind, die uns zur Verfügung stehen. So, schauen wir mal. Achso, jetzt kommen sogar alle Gefährten mit. Moment, wir haben fünf Gefährten. Oh, es wird doch irgendwie sowas werden, dass da nicht alle mit hochkommen. Das wäre ich jetzt zurückgelassen, wir werden vielleicht sogar sterben. Messeffekt mit. Ah, gut, gut. Nun gut. Schauen wir mal, wie wir hier entlang kommen. Es hat einen Kampf statt, die von ich sehe, hier war kein Kampf. Welche Richtung kann ich gehen? Die untere durfte ich vor uns nicht gehen. Jetzt schon. Why? Okay, wir gehen jetzt mal in den Oberen weg, sorry. Ich will nur wissen, was das letzte Mal war, durften wir nicht runtersteigen. Die Brücke ist wohl. Gut. Hätten wir es auch geklärt. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Sollte man denn nicht die Karte nachträglich verändern, anstatt schon davor so einen Pfad anzuzeigen? Weil der suggeriert, hier gibt es einen zweiten Weg, du darfst noch nicht lang gehen. Vielleicht wird das ja später mal interessant. Zwinker, zwinker, zwinker. Nun gut. Was ist das? Das sind... Oh, guckt mal, der hat aber Wunden. Das ist Brücken-Eugens. Das ist Groschengartel. Achso, das ist clever, so viel mitzunehmen. Hätte ich das wieder nicht laufen können. Oh, je. Das ist Groschengartel. Das ist Brücken-Eugens. Oh, da oben sind Lager. Das ist Groschengartel, Brücken-Eugens. Sag mal, wo ist ein Telemä? Zuerst ein Lager? Das ist Groschengartel. Ich werde alles in meiner Macht machen, um ihn zu verhindern, und zu verhindern, dass er seinen Plan auszunehmen. Hätte ich immer noch lange, wie du kannst. Ich muss ihn erreichen. Warte, da kommt ein Grupp von Kreaturen. Das ist Groschengartel. Oh, aber es sind blau-weiß auch. Das heißt, wir haben auch... Äh... Unsere Handelskongregation dabei. Ich habe 160 Munitionsgefühl. Ich hoffe, das reicht. Dann schauen wir ja das Tier aus. Das ist genug mit dem Gespräch, Greenblood. Geh! Und stopp, Konstantin! Ich würde das für nichts machen. In diesem Fall danke dir. Und gute Glück zu beiden von euch. Oh, und Aphra. Sei vorsichtig. Und Siora im Hintergrund wie... Mh... Das ist meiner. Okay, ich habe nur gedacht, es sind fünf einzelne Lager, aber da sind ja schon zwei zusammengefüllt. Das heißt also, wir haben schon Kurt verloren. Achso, dadurch ist unser Inventar... Ne, 500 NRW. Unser Inventar war doch verstärkt... Wurste nicht, Kurt verstärkt? Na gut, Aphra und Er sind weg. Wir gucken nochmal schnell, ob wir irgendwas herstellen können. Ne, Munition nicht mehr. Inventar Falle... Auch nicht mehr. Ich denke mal, wir haben genug. Also ich hoffe es. Oder irgendwo ist noch wenigstens ein Händler, wodurch wir nochmal was nachkaufen können. Okay, das war der Werkstisch. Der ich auch. So, das heißt also, oben müsste Teleme kommen. Ach, die Stille mit Aphra, nochmal ein Küsschen. Ach, kommt. Ich wollte Siora haben die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Schnabel, ey. Dieser Helbe, der Schnabel. Das ist so unromantisch, wenn ihr euch mal vorstellt, wie ich den Versuch zu küssen ist. Ich schaue da gerade Gegner. Toll. Aber wir sind alleine gegen die. Warum sind wir jetzt alleine gegen die? Oh. 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 E-ahhh. Dann kämpft ihr. Irgendjemand macht jachen wie sehr schade. before. Wunder. Petrus? Magie ist ganz gut was ich gerettet. Was ist die Aura? Was ist die Aura? Tja, warst du wohl angepisst, weil ich nach oben mit einer Frau rumhing? Hm, hm, so sieht's also aus. Sonst haben wir uns ja eigentlich die ganze Rüstung mitzunehmen, oder? Weil... Na gut. Ähm, wenn wir schon drei jetzt weg sind, wird der Rest bestimmt auch bald abhauen. Oh je, oh je. Ich hoffe, es nimmt alles auf. Das ist schon meine größte Angst bei solchen wichtigen Situationen, dass das irgendwo weg ist. So, Teleme und Einheimische als ein Lager, das wäre lustig. Ich glaube eher, ich denke immer an Nauten und Teleme und ein Lager noch eingeborene. Ja, das ist nicht zu lange. Ja, das ist nicht zu lange. Chilli mir. Ne, Nauten. Das ist nicht zu lange. Da ist nicht zu lange. Aber nicht zu lange. Ist doch nicht zu lange. Und dann ist es auch, wenn du hier in der Zeit halt noch mal ein paar Sachen aufzutürmen. Da du bist! Da du bist! Ich dachte, dass wir hier nicht mehr sterben würden. Du bist hier mit einer Horde von Beestern und er wird noch mehr geben. Wir werden nicht lange dauern. Wir haben keine Lust zu finden. Wir sind. Und wir werden lange genug sein, um dich zu erreichen. Selbst wenn wir im Prozess sterben müssen. Aber du musst ihn auswählen. Du musst ihn auswählen den Ritual auf alle Kosten zu machen. Wenn Anon ihn fricht und sterben, werden wir alle verletzt. Ich bin gut davon. Aber hier kommen noch mehr Beestern. Zwei Arps! Ich bin mein. Ich bin gut von oben. Ich bin gut von oben. Und jetzt sein. Ich bin so rausgegangen. Ich bin sicher, mit meiner Orte. Ich bin sicher. Ich bin echt mit ihnen. Wir müssen die Biesten von deinen Tränen zu verhindern. Ja, wir könnten hier ein paar Hilfe benutzen, ehrlich gesagt. Ich würde es nicht so sagen, aber die Maurydegön ist nicht falsch. Siehst du? Überraschend. Du solltest jetzt gehen. Und das Volkano dir seine Kraft geben. Na ja... Glückwunsch! Warum sind die Viecher so weit oben? Wir nehmen mal hier die Leichen auf und ich geh nochmal kurz zurück. Mal gucken, ob ich irgendwas herstellen kann. Das heißt, es sind drei Nauten und drei Einheimische. Das ist die große Kriegerschau. Ist jetzt nicht gerade das, was mich so umhaut. Achso, und jetzt ist er weg. Jetzt haben wir noch 400, okay. Dann wird die wiederverwertet. Also ich brauche ihn wiederverwertet. So, Munition herstellen, geht nicht. Heiltrank herstellen. Noch ein paar mehr. Tut mich weh. So, wie viele Elementarfallen? 19 haben wir noch. Geht gerade nicht. Und den Rest herstellen ist Blödsinn. Okay. Tja, wir werden schon alle Tränke mal nutzen. Ich meine... Was halt alles noch so da ist. Eigentlich nur Petrus, der mir folgt. Gut. Das heißt, nach dem Lager hier und hier müsste hier ein Telemedlager sein. Oder halt hier wahlweise. Ich weiß ja nicht, wie groß hier die Karte nach hinten wird. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da sind wir jetzt mal 20 Leute hinsetzen. Wäre schon wahrscheinlich das zu KI-Arbeit. Kann ich jetzt, wenn ich vorrenne und Viecher kommen, einfach mal zurückrennen? Weil... Jetzt kämpfe ich mit Petrus ja alleine. Da vorne höre ich's doch schon. Da ist ein Toter. Oder? Hä? Ach, ich bin ein Idiot. Oh Gott. Merkt man, dass ich ein bisschen aufgeregt bin vor dem Endkampf? Ja, das ist schon weg. Sorry. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Alter. Was ich noch mal gucken wollte... Moment. Wenn ich jetzt hier Beschichtung mache... Also das geht wahrscheinlich mit dem Tau besser. Mhh. Steht nicht da. Ob die Beschichtung auch für Kugeln Geld? Nicht ausgerührt. Hier natürlich muss ich auch. Idiot. Ich komme mit garantiert in die Gegner Welle, wenn ich durchgekrabbelt bin. Ja. Zwei Level Lans. Drei. Oh, cool. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte einfach schießen können. Oh, das tut mir gerade weh. Entschuldigung. Das war gerade ein unnötiger Tod. Ein extrem unnötiger Tod. Okay, zumindest passen sie die Gegnergrößen an daran, dass wir mit weniger Leuten rumlaufen. Das finde ich gut. Das sind acht D Zack-Man und Antes gehen. Ich gehe. Des Cut-Mars! Ja. Kann ich wirklich ändern? Herr Mann. Das sind nicht alle und der cockere Take-ManMenächte, Mann. Das war souveräner, mehr Munition verbraucht aber auch was echt cool, ich hoffe das reicht für oben, was auch immer da großes kommt. Das heißt, Telemia hat ein eigenes Lager, na gut, die wollen sich nicht mehr anfreunden. Nauten ist den ja eigentlich auch ein bisschen blöd, weil Nauten haben ihre eigene Magie, wir haben ja festgestellt was das für eine ist eigentlich, mein Lampeshaus. Ich hoffe nicht weiter, ja. Die Telemia ist ganz oben hingesetzt, so ganz witzig, äh ist die alleine da? Sollte. Da bist du. Praise the Enlightened, your cousin. Has already reached the heart. Our other allies inform me. They are also trying to stop the creatures. What do you intend to do? Pursue him all the way there and do everything I can to stop him. In that case, may the Enlightened keep you in his divine, oh no. a good day. More beast's are coming. Be prepared. 3 well level ones? Ja. Not at all. Let's just throw something else. Wir haben so viel davon, da können wir vorwerfen. Das war ganz toll. Das war's. Ich bin mit meinen Leuten. Ich wusste, dass du das sagst. Ich werde nicht die Jungfrauen bekommen. Deine Hilfe wäre ein Herz, Vater. Verstehst du? Du musst jetzt gehen, mein Kind. Be careful. Wir sind alle für deine Erfolg. Danke, Petrus. Be careful, auch. Na gut, hier oben haben die wenigsten Leute noch. Weil wenn das von oben die ganze Zeit nachkommt... Okay. Ist verständlich. Autos natürlich blöd irgendwie, das nur noch. Drei, vier Handeln da sind. Und ich bin alleine. Ei, ei, ei. Okay. So, ich speichere hier mal. Und wir schauen mal, was sich da oben für uns so alles umbaut. Moment. Ah, in dem linken Teil der Höhle könnte schon noch Feinde kommen. Obwohl. Ach ne, ist mir eigentlich nur Kopf. Oh, ich stelle gerade. Alter. Obwohl ich Flittermeister? Naja.